METAL GEAR RISING You have escaped the pursuit? Seems like it. You have passed the last of the barricades. Save your strength. Find a vehicle. Right. That should do nicely. Okay, that's cool. Biker Raiden. Okay. Okay. My hand is still on the other hand. Raidens Körper anpassen. Ja, please. Körper. Genau, das ist der Körper-Desperado-Version, was wir von Sound-Downer bekommen haben. Dann hätten wir den Mariachi, den Original. Oh, Grey Fox. Kommando-Panzer, Inferno-Panzer und Weißer-Panzer. Weil der Desperado schon ziemlich cool aussieht. Aber das Blöde ist, man sieht es in den Zwischensequenzen halt nicht. Da hat er den normalen Körper und das ist ein bisschen blöd. So, was kann ich mir kaufen? 20.000. Auf jeden Fall Kraft für mehr Schaden. Absorbation auch für 20.000. Und Energie für 20.000. So. Dann, Sekundärwaffe noch nicht. Wie schützt der mit dem Leben aus? Ausdauer. Boah, 40.000. Dann war's das eh schon wieder. Brennstoffzelle. Ahaha, 40.000. Ihr seid ja lustig. Okay. Das war's mit der Anpassung. Alter Schwede kostet das. KP-Punkte. Yeah. Reign of the Harley. Okay. All right. Was ist da? Was ist da? Raiden? Hast du ein bisschen hart zu hart? Ich habe analysiert seine Worten und Aktien. Ich kann ihn nicht abschneiden, seine Motivation. Ah. Fancy zu treffen, dass du hier bist. Du wusste, dass ich komme. Ich denke, dass ich dich nicht zu töten, dass ich alle an der Launch-Site nicht zu töten. Hehehehe. Well, nicht wenn du das so sagst. Für einen Verwanderung. Du bist nicht sehr gut bei deinem Job. Die Krieg ist die große Verwanderung. Genau. Die große Verwanderung ist alles, als die Welt Marshal bekommt diese Kontrakte. Ich spreche nicht über Geld, Jack. Ich spreche über Ideen. Entschuldigung? Entschuldigung. Entschuldigung. Wir haben beide genug Gespräch über die Höhe von höheren Begründen. Die Geschichte wird entscheiden, wer richtig ist. End der Geschichte. Ich bin nicht egal, wer denkt, dass ich richtig bin. Und ich habe genug Zeit für dich zu töten. Ich bin nicht egal, wer denkt, dass ich richtig bin. Oh? Oh, gut. Hehehehe. Why, das ist sehr gut. Ja. Ich mag das. Ich mag das. Ich mag das. Ich mag das. Und ich habe das. Und es endet hier. Okay. Lass uns tanzen! Ah, Duell gegen Sam. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich denke mal, dass es besser laufen dürfte als beim allerersten Mal. Oder auch nicht. Sammy Boy. Ich kann jetzt einfach so was. Er ist schon verdammt flink, muss ich sagen. Alter. Gut, dass ich mir nochmal Upgrades reingezogen habe. Kommst du zurück? Ja, pathetig. Du bist ja pathetig. Ja, schon ist deine Abwehr weg. Ja, du kannst überhaupt nichts. Ich denke mal, das ist noch nicht alles, was er kann. Das wäre zu einfach. Ah, was war's mit dem Schwert? Oh. Alter, der kann sogar ohne Schwert. Ich muss mich gerade ewig konzentrieren bei dem Kampf. Nein. Nein. Nein, du machst mein Schwert nicht kaputt. Toll. So muss das. Oh, den habe ich gut erwischt. Ja, Sammy Boy. Das war's mit dir. Wenn ich ihn erwischen würde. Jawohl. Ich habe da eine Benzinpumpe wiedergefunden, oder was? Ich fand, hier liegt was. Das war was zu heilen. Das war's mit dir. Aus. Ich hoffe es war's mit dir. Ich setze da nur um die Steine? Ja. Ich dachte, er wird vielleicht auch noch kommen. Aber so sieht es jetzt nicht aus. Drei von fünf Schlägen geblockt. Der ist aber schnell, der Kerl. Das muss man ihm lassen. Also. Das ist ein verdammt cooler Kampf auf der offenen Welt. Aber der war am Anfang vom Spiel irgendwie krasser drauf mit seiner Flammenattacke, was er da alles hat. Jetzt ist ein bisschen enttäuschend. Na gut, wir haben den neuen Körper also. Ja, Sam, das war's. Ja, für dich. Ja, das war's. Spielzeit ist vorbei. Da war's. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. He is dead. He barely had any cyborg enhancements. Was this outcome necessary? Evidence inconclusive. I guess even AIs don't know everything. It is likely no single correct answer exists. Additionally, human conflict stems from opposing ideals and societal norms. I was not programmed with these guidelines. You're better off figuring those out for yourself. ID locked. A VT-7 high-frequency blade. The efficacy of the enhancement directly correlates to the quality of the original weapon. My viam indicates Sam inherited the sword from his father. Going to bury it? I will retain it in memory of Sam. I will I will I have to Also hatte Sam fast keine Cyborg-Verbesserung. Das heißt, er war zu 90% immer noch ein Mensch. Dafür war er verdammt gut als Ninja. Heili. Ich brauche den, ne? Quasi zwei Körper, neue Körper, um Sam zu besiegen. Nicht schlecht. Werden das Körper anpassen, haben nicht genug Punkte. Schade eigentlich. Ja, und Animes lesen. Ich habe, Ahsoka, warum? Du bist, äh, Mr. Raiden, Sir? Where is she? I'll tell her, you've arrived. Over here! Hi there, stranger! Hey, you look good? Aw, who's your little friend? Oh, it's a long story. Jake? Good boy! I guess we don't really have time to catch up. Sorry, not really. It's okay. Follow me. Ah, Sunny. Ja, die kenn ich auch noch. Metal Gear Solid 2 und 4. Yeah. So exactly what kind of... You'll see. You built that? Yup. It uses a hybrid lace ramjet engine I designed. Well, are you in a hurry or not? Huh. Right. Hey. Thanks, Sunny. Hm? Hm? Haha. Und sie hat wie damals immer noch die Blume im Haar. Ah, ist das schön. Wenn Snake noch hier wär. Ja. The flight plan is already set. You're good to go. Please switch off all cell phones and portable gaming devices. And remember, this is a no-smoking flight. Heh. Roger. Ready for countdown. No time for that. Ignition! й Ohhohohohoho. Oh Ohhohohoho! Ohhohohohoho. Der perverse Sicherheitsangestellter. Und wir sind in Pakistan. Der perverse ist, dass wir den richtigen Platz haben. Nichts. Wir sind sicher, dass wir den richtigen Platz haben? Es muss sein. Es ist die einzige Basis großartige, mit Sicherheitsabschieden, bis zum World Marshal. All right. Ich gehe in. Ich will auch so ein Cyborg-Hund und Cyborg-Körper. Ist denn das zu viel verlangt? Geben Sie sich zur... Scha... was? Schab-Hasab-Bad Militärbasis. Whatever. Aber da müssen Sie immer so komplizierte Namen haben. So, bevor wir das machen, gehen wir noch auf eine Plündertour. Wenn ich hauptsache die Vermutung, dass wir noch hauptsächlich Sachen versteckt sind. Pappkarton. Oh, was haben wir hier? Wir schalten sie alle Feinde aus. Das ist blöd. Kann ich die über die Wand nicht ausschalten? Oh. Der müsste mich eigentlich direkt sehen. Der guckt mich direkt an. Aber hey, wir machen das altmodisch. Da haben wir jetzt theoretisch alle Sicherheitskräfte von World, äh... World Marshal ausgeschaltet, oder? Nostral. Monsun. Sandana. Sam ist weg. Wer würde denn danach bleiben, bitte? Außer der Heer im Anzug. Bin ich ja mal gespannt, wie die ganze Sache ausgeht. Guck mal auf die Kiste. Ich brauche das Zeug. Was willst du denn überhaupt? Ah! So muss das. 63 Teile zuschnitten. Ist schon heftig. Adam. Passt. Guck mal auf. Siehst du das? Seine EXIF-Codes zeigen, wie unaffiliiert. Wait, Marshall hat das Kontakte für den Platz. Warum würden sie ihre Cyborg setzen an den gleichen EXIF-Code wie Desperado? Das ist die Verwaltung auf dem. Nein. Das ist ihre Alibi. Sie machen das auch, wie Desperado hackt ihre Soldaten auf diesem Ort. Weil alle wissen, dass Desperado ein Kontakte mit... ... den Rebeln. Aber wenn wir öffentlich mit dem Desperado-Marshall-Connexion... Es geht nicht. Nicht, wenn sie diese große, große, ähnliche Forderung haben, und bereit zu servieren. Die Medien und die Publikum werden nicht möglich sein. Erinnerst du WMDs in Irak? Verdammt, du bist richtig. Es ist ein Slam Dunk. Wie geht es mit den Menschen auf der Basis? Marshall hat nur die Sicherheit gehalten. Er ist sicherlich. Oder brain-jackt, wenn sie sie umgehalten haben. Sie haben keine Ausführungen. Sie haben keine Ausführungen. Sie haben keine Ausführungen. Und nicht in dieser Region. Und fast niemand hätte eine Ausführung für eine Ausführung. Es wäre schwer, dass es sich nicht so schwer zu halten. Ansonsten bis die Ausführung kommt. Ich gehe für die Kontrolltower. Wenn ich die Antenna-Arreite zu verletzen, die US-Militarie wissen, dass etwas falsch ist. Das ist eine gute Idee. Bezüge. Sam ist weg. Und ich habe die Winde der Destruction weg. Ich werde gut. Der hatte jetzt so einen bösen Unterton, wie er das gesagt hat. Ah, wie fein. Gut. Aber wir machen in der nächsten Folge weiter. Da vorne links steht noch eine Kiste. Sehe ich gerade. Ich bin ein Erzaker. Und wir sehen uns in der nächsten Folge von Metal Gear Rising Revention. Stay tuned. And so long.